Dr. Martinus Luther, eure Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen, hat uns tief bewegt und lässt uns am Klosterleben zweifeln. Was willst du da draußen? Ich will leben! Gott hat uns dieses Leben geschenkt. Es ist unser Leben. Niemand darf es uns wegnehmen. Ihr werdet heiraten müssen. Lasst mich eure Zähne sehen. Ich habe den Mann gefunden, den ich heiraten werde. Martin Luther. Bist du von Zähnen? Ihr habt keine Ahnung, auf was ihr euch da einlasst. Ich verspreche euch, ich werde euch niemals von eurem Werk abhalten. Wir wollten das ganze Leben. Lass es nicht los, Martin. Wir dürfen einander nicht loslassen.